Da haben wir schon ne Runde Battlefield Und Ardex, ach ne, da doch Hehe So, äh, ja, ja, okay, ähm, hier Croft Du hast so'n Kürbiskopf Ja Kürbiskopf Hast du das Kürbis? Toru, Toru, Toru will auch mal ne ordentliche Rüstung Sooo, 6 Papier, kannst du mir mal das Leder machen? Äh, neul, wie sieht das denn aus? Kannst du mir mal in den Leder gehen, ja, oder sowas? Und Leder auch? Hm, jaja Aber nice Hier oben mach ich jetzt, wenn mir das nachher alles Und das Gesamtbild besser aussieht, von außen Ich will das Gesamtbild stärken Du darfst jetzt verzaubern, Digga Hast du 5 Lücke Holz? Ne, 5,5 Leute, hab ich keine 5 Lücke Holz, aber halt, jetzt muss ich kurz den Baum hacken gehen Ne, ich kann, ne Nicht mal G sofort, ein Baum reicht ja Was verzauber ich denn, ich muss kurz mal überlegen Ich glaub, ich hab noch Rüstungsteil oben Ich mach gleich noch einen Bogen, glaub ich Aber ich weiß nicht, der geht immer so schnell im Arm Kann man Stand mit? Bogen hab ich, äh, Stärke 3, Schlag 1 und Schlag 1 Ist voll geil, jetzt geht Der geht eigentlich noch Ja, ich kann nur einen Bogen machen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt Wir bringen, du müsstest ja hier voll die Pornobogen Hä, auch Ich will da Unendlichkeit drauf machen, stimmt Ich will mir einen Bogen und dann mach ich da Unendlichkeit drauf Markus, du kannst unendlich Pfeile kriegen, du kannst hier auch kriegen, äh, wie heißt es nochmal? Du hast die anderen Antwort zu brennen, also Bogen bringt richtig was Mach ich auch gleich Unendlich Pfeile will ich auch haben Ich bin auch Level 26 und ich Ich hab doch nen Buch Unendlichkeit Ey Markus, ich bin Level 26 und hab nix aus Diamanten, deswegen Lohnt sich eigentlich nur Bogen mehr Ich könnte auch nen andere, ich könnte auch nen Kopf verzaubern oder Beine oder Füße oder Hanisch oder was weiß ich nicht was Ich verzauber hier mal Füße Hab ich noch Kohle irgendwo? Kohle? Ich brauche mal nach unten Da kommste Jupp, äh, so warte mal, Buch, Buch, Buch Holzblock, 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 Hocksholz und Regal Alle Sand hab ich ja jetzt genug, hab ich gehört Wieso musste ich denn jetzt nen Regal aufbauen, ey? Komisch, ne? Ja, echt komisch Geht jetzt bis 30? Ja, versuch Wollte gehen 28 Läufe ist nicht verarschen 28 Und Tore, wenn bis 30 geht, dann stehst du immer als Randort und das immer 30 dann 29, hab ich auch schon gekriegt Ne Dann muss ich nur noch eins machen, oder? Du, du musst noch eine ganz einfache Formatierung machen Du hast doch eins hingestellt, oder nicht? Ne, ich hab vier hingestellt Haha Hammer Scheiße, Mann Du hast nur noch mehr Leder Ich brauch schon mal die Ich hab dir noch vier Leder gegeben Ja, das ist ja schon weg Ja, das ist ja schon weg Ne, ich hab sechs Ne, ich hab alles gut, alles Ich hab alles Und wir gucken jetzt, dass ich nicht hier alles Verschwende von dem Kram Haben wir's jetzt? Ja So, zack Ja, ich brauch hier Holzblöcke Ja, ich brauch hier Holzblöcke Du musst nicht mehr nacken Kann ich dir geben, warte Ich brauch nur ein paar Holzblöcke Ja, geb ich dir jetzt, warte Ja Ich hab die noch in der, in den, äh, vorübergehenden Waren Dürf ich noch? Ja, hier, komm, gönn ich dir Vorübergehenden Waren, Alter, das wird immer geiler So, wo bist du? Ja, bei mir drin, ne? Ja, dann komm ich schon mal Ähm, mal was bänken hier, zack Das brauchen wir nicht mehr Kürbisse brauchen wir nicht mehr, Gott Ja Gut Okay Mann 1, 2, 3 Zack Hinterher Oho Das ist so dreckig Ja, endlich Das sieht jetzt auch so doof aus Nein, hinten Das liegt der Job, ne? Das gekriegt mir nicht gleich Nein, Alter Schlag 1 Auf'n Bogen Ja Lass mich n'n Gritze Jetzt kriegen wir mal gucken, was ich auf Schuhe krieg Schuhen Äh, Schutz 4, naja Oh, Schuhen Alter, aber nur Schlag 1 Das ist scheiße Ich hab Schlag 1, Flamme 1 und Stärke 3 Ist so asozial Ja, ja, Glück, ne? Glück an dir Ja, Markus, Markus, du Markus, du hattest heute schon genug Glück Ja, stimmt Verballer ich den Bogen jetzt Reicht mir doch Aber auf den mach ich keine Unendlichkeit Ist mir zu blöd Damit der jetzt verbrauchsgut Na gut Na gut Er will es so Er will es so Ich hab' richtig inkompetenten Fehler gemacht Ich hab' richtig inkompetenten Fehler gemacht Ja Täuschst Zu Ich hab' richtig Ich muss zu Minus 60 Können wir wie lange nehmen wir schon auf? Ähm, eine Stunde, sechs Minuten Okay Kack, weil ich meine letzte Spitze am Arsch Ja, Markus, ich denke, ich denke mal an die Stop-U Oh, ich hab' ich die Schaufel vergessen, wir zurückrennen Fick doch Fick doch Ich glaub' ja der Mann suchen Ich will auch nochmal heute den Mann finden Ne, Tore will ich aber nicht Ich aber Slime-Bächen hab' ich gehört Ich mag die nicht, die sind immer so nervig Aber die, die bringt viel XP Ja, aber die, diese Scheiße, diese Brols einfach Ey, ey, wer hat mir Eisen liegen lassen? Im Slip-Meingang Fick aber armselig Echt jetzt? Oder? Das hol' ich mir direkt, meine Wieso kann man nicht dieses Bambus hier in meinem Ding anbauen? Bambus Äh Wie nicht anbauen? Du musst, du musst direkt am Wasser, ne? Direkt? Ja, mach ich Und auf Sand Auf Sand, stimmt, fuck Willst Sand haben? Ich hab' 8 Stacks Puh, alter der Junge, der haut da raus Ja, guck mal, ich hab' Oh, guck mal 8 Ja, sag Markus, der, der, der seine, der seine Diamanten Ja, gib mal ein bisschen Sand ab, ey Ja, komm, das ist meine Kiste, das sind Kisteblöcke Ich hab' da noch 40 Sand, hab' ich noch Ich hab' 32 Lehm gecheatet Oh, geil Jetzt kann ich, aus dem Lehm kann ich jetzt, ne, Lehm Aus dem Lehm kann ich jetzt Lehm Ziegel machen, ne? Ja Boah, da kriegt man ja nur 8 raus, ey, wie behindert ist das denn? Ja, das dauert Ja, wie geht Ja, wie geht Ja, mach mal mit Lehm... Wie mach mal denn da jetzt Ziegel draus? In den Ofen Ach, in den Ofen Das dauert alles jetzt Das dauert alles jetzt Doch eigentlich oft genug bei Kevin gesehen Ja, hätte ich schon, hab ja schon wieder verdrängt vergessen Verdrängt? Das war nicht schön, Kevin Das war nicht schön Aber die Bau... Ich muss mal sagen, dass nach hundert... Dass nach hundert... Dass nach hundertfünf Folgen die Bau-Ride immer noch nicht fertig ist Das ist schon eine Leistung eigentlich Alter, jetzt spring da hoch! So Hä? Lehm kann man nicht brennen Natürlich kann man Lehm brennen Nein Du musst Kohle in den Ofen packen Ach so Ja, natürlich hab ich Kohle drin, Mann Verarschen, oder was, Kevin? Ja, warte, dort einfach Lehm und Kohle rein Das ist nicht so schwer Ich tu Lehm oben rein und dann passiert nix Dann brennt nix Natürlich brennt das Nein Bei dir auch immer Nein Dann hast du's kaputt gemacht Kaputt gemacht Aber Lehm... Lehm Blöcke dann, ne? Wenn du vier Lehm... Nein, noch keine Lehm Blöcke Du musst rein das Lehm reinpacken Ach scheiße Kann ich Lehm Blöcke wieder kaputt machen? Ich glaub ja, oder? Wo gehst du raus? Ich probier's mal aus Wobei ich jetzt in meinem ganzen Keller mit Lehm vorder Dreh da mal gegen, das ist ja der Bruder Ah, das geht ja echt Oh, jetzt hab ich ein Hobby Jetzt hab ich ein Hobby Endlich Nach langer Suche Mit dem ein Sinn Ich soll... ich sollte die Kohlekiste neben den Ofen packen Wo Lehm hier Sinn hat, weiß ich auch noch nicht so richtig Aber Minecraft nicht Das Spiel ist endlos Ah, jetzt kann ich die Dinger bauen Kennst du Minecraft, der Film von Y-Titty? Ja Ja Oh, ich hab schon vier Stacks Slime Balls Schön Kevin geht's wieder an Ja, mit Slime Balls kann man richtig rumprallen, ne? Ja Ja Ich hab ja von so viel, ich schmeiß die schon weg Ich auch Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll Ich bin sammelwütig Also, ne, ich... noch paar, halt ich die lange noch in die Kiste passt Wenn mir die Kiste zu voll wird, schmeißt die wieder raus Nö, dann hol ich mal schon neue Kiste Habe ich mit dem Vorrat sind vielleicht auch schon gemacht Ja, Marco ist ja... Ja, Marco ist ja... Ist dem normal in den Ofen tun, sicher? Marco ist ja eh voll der Messi, ey, der sammelt ja alles Ja, ich sammle gerne alles Ja, Alter Wenn's in Minecraft Klopapier gibt, was aber wie... Der... Der... Der Sie, was aber keinen Sinn hat, wir machen sofort gemeinsam mit Ja, Mann, du... Inventarplatzwerke Das ist schon nie, weil du's gebrauchen kannst Ey, Tore... Ey, Tore... Hast du einmal rausgefunden, wofür das Klopapier bei der D ist? Nö Ich auch noch nicht Ich kann aber, was du bringt soll Freude Ja, ich freu mich richtig mit dem Klopapier Das Spiel ist so feuer Freude, ey Ja, kannst du das nicht, wenn... Wusste ich, wusste ich, war natürlich dabei Ähm... 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 Das ist fertig Jetzt haben wir jetzt haben wir auch diese scheiß Bambus unendlich Oft Tore Scheiß Köpfe, das brauche ja eh keiner Ja So, ich hab mein ganzes Fressen gebrutzelt hier Stimmt, das kann ich auch mal anfangen zu brutzeln Warte mal, ich brenne direkt mal ein bisschen Glas hier So, wie sieht's aus? Was mach ich jetzt? Alter, dieses Slime-Geräufel, geht mir richtig auf den Keks, ne? Hä? Wie wirst du auf den Keks, ja? Das Geräufel mit Slime, geht mir richtig auf den Sack Die ganze Zeit, ey Wer macht das denn die ganze Zeit? Ja, der Slime Achso Markus, jetzt reicht's aber auch mal, ne? Also... Irgendwann, ne, ist nochmal Schluss Achja Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, ähm, Dings zu suchen Ähm... Diamanten Wer das nicht kennt, ist, ähm... Oder du kannst auch eingehen, glaub ich, sogar Hohlräume, dann kannst du alle Höhlen sehen, oder Lava, oder was darüber Toll, das wollen wir natürlich nicht hier, weil das ziemlich langweilig ist Wollen wir dieses Glücksgefühl, Diamanten zu finden, das ist natürlich dann vorbei Und ja Arturo, bei dir ist sowieso schon alles vorbei Ja, hier ist alles vorbei Bei dir ist der Lack schon ab, ey So Der Lack Jetzt haben wir, haben wir allem eingerissen Okay, wenn wir irgendwie ein bisschen ärgern hier Das ist wieder langweilig hier Ach, man hat ein Hühnern, ey Bei Adventure würde ich mich jetzt hier aufregen Adventure wäre ein paar, als ich ganz aufgeregt, dass das leckt Ich hab immer die, ich hab den, bei den Hühnern immer die ganze...